Wer ist die attraktive, langbeinige Frau, die im Schlosshotel ohne Gepäck und Papiere abgestiegen ist? Für den Direktor des Casinos ist der Fall klar. Es kann sich bei Marion Meier nur um eine gesuchte Betrügerin handeln, die sich auf den Raub von Spielgewinnen spezialisiert hat. Ein Schloss am Wörthersee. Donnerstag um 20.15 Uhr auf eine nächste HD-Serie.